Herzlich willkommen zum neuen Tag mit dem Titel Arbeitspause. Ich habe heute eine kleine Zwangspause ausnahmsweise. Meinen Kindern geht es nicht so gut, die sind heute zu Hause geblieben. Und wie das dann so als Business-Mama ist, hat man dann zwangsweise eine kleine Pause und bleibt zu Hause. Ansonsten mache ich Arbeitspausen in der Regel so, dass ich entweder meditiere oder dass ich kurze Atempausen mache, dass ich einfach mich kurz hinsetze, dass ich tief durchatme, die Augen kurz schließe oder auch offen lasse und einfach so einen kleinen Check-in mache mit meinem Körper. Vom Kopf ganz oben anfangen, über den Schulter-Nacken-Bereich bis hinunter zu den großen Fußzehnen. Wie geht es mir heute? Wie fühle ich mich denn? Wie fühlt sich mein Körper? Das dauert zwei, drei Minuten und ist eine kleine Erholungspause zwischendurch. Neben der Mittagspause, Kaffeepause, die Pausen, die man sonst so kennt. Das sind meine Arbeitspausen, die ich dir sehr empfehlen kann. Ja, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.